und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klembersteinbaus in der geschichte dieses kanals haben wir uns schon super viele speed champions ähnliche fahrzeuge angeschaut aber den wohl besten hersteller momentan in diesem segment haben wir bisher sträflich ignoriert und zwar mold king mold king hat ja diese fahrzeuge und verkauft sie gleichzeitig im set mit einer vitrine und das für sehr gute preise wir reden da über 20 euro dieses sets gibt es aber nicht gerade selten auch für 13 oder 15 euro zu haben wo die vitrine schon fast alleine ein sehr guter deal wäre und auch qualitativ sind diese fahrzeuge anscheinend sehr gut das ist aber hören sagen und ich möchte natürlich herausfinden ob es wirklich so ist und dementsprechend schauen wir uns dieses set heute hier an und zwar haben wir von mold king aus der model car reihe die nummer cyan 27003 333 teile und an welches echtes vorbild dieses fahrzeug angelehnt ist muss ich glaube ich nicht sagen eine offizielle lizenz haben wir dafür aber nicht die verpackungen sind gerade mal so groß wie die vitrine in dieser reihe hier wird keine luft verpackt und ich finde die sind auch schön gestaltet mit diesem leichten erhabenen muster und diesen rillen die man auch erfüllen kann gefallen mir diese packungen wirklich gut auf der rückseite sehen wir dann noch mal das fahrzeug von hinten ein paar detailaufnahmen und wir sehen die maße und zwar ist dieses fahrzeug 7,5 zentimeter breit 4,3 zentimeter hoch und 16,2 zentimeter lang davon abgesehen ist die schachtel jetzt nicht das spannendste was wir hier sehen und dementsprechend machen wir das ganze doch mal auf und schauen uns zusammen die vitrine die steine tüten und die anleitung an schon in dieser ansicht seht ihr wie eng das ganze gepackt ist die vitrine ist noch mal mit einer luft polster folie geschützt und nachdem wir sie von der luft polster folie befreit haben ist noch mal eine extra folie darum gewickelt dann haben wir noch die anleitung die auch sehr klein und kompakt gehalten ist passend zum verpackungslayout die anleitung ist klammer gebunden hat eine hochwertige papierqualität und auch hochwertige drucke die darstellung finde ich auch gerade noch groß genug damit man hier alles gut erkennen kann es wird mold king typisch nichts ausgegraut sondern alles weiterhin in vollfarbe dargestellt und was neu gebaut wird wird mit roten pfeilen symbolisiert insgesamt haben wir dann bis das fahrzeug fertig beklebt ist und in der vitrine 81 bauschritte auf 37 seiten verteilt eine teile liste haben wir in der anleitung leider nicht dabei was wir aber auch mold king typisch dabei haben ist der sticker bogen meine meinung über sticker kennt ihr euch möchte jetzt nicht noch groß ausbreiten cooler werden immer wenn es drucke sind aber auch hier wieder preis leistungsmäßig ich habe dieses set für 13 euro gekauft wir haben das fahrzeug wir haben die vitrine da kann ich sehr gut damit leben wenn das hier sticker sind und dann befreien wir doch mal die vitrine von der zweiten plastischicht die vitrine haben wir jetzt raus befreit die besteht immer aus diesem durchsichtigen plastikkörper das ist auch wirklich schön durchsichtig hier ist nichts mächtig wir haben auf der vitrine noppen das heißt man kann die super stapeln und man kann natürlich bei der vitrine unten den boden abnehmen auch bei dem boden seht ihr wie der spiegelt also das könnte man gut und gerne als spiegel benutzen unten haben wir auch die passenden noppen aufnahmen dazu und das gefällt mir wirklich richtig gut und in der vitrine haben wir dann noch die teiltüten gepackt die sind von 1 bis 5 durchnummeriert und wir haben diese zwei tüten die nicht nummeriert sind mit den felgen den reifen und den radzieherblenden die ihr vorhin schon gesehen habt und alleine wenn man jetzt die steine menge sieht wäre das wenn die qualität passt ein super deal für die 13 euro die ich bezahlt habe und mit vitrine wird der deal natürlich noch mal viel viel besser ich freue mich dementsprechend sehr auf diesen bau fange jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach den nächsten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns das erste mal für einen kleinen zwischenbauschritt nach 44 bauschritten wieder wir haben schon den hinteren bereich des fahrzeugs komplett fertig gebaut und ich muss sagen das ist eine schöne konstruktion und da waren auch ein paar spannende bautechniken dabei was auch mal eine angenehme ausnahme war ist dass dieser hintere teil mit diesen lamellen nicht irgendwie als sticker oder als print gelöst war sondern dass wir das mal wirklich gebaut haben das sind diese trans clear teile mit einem schwarz ton darunter und dann die schwarzen käse ecken drauf das hat mir wirklich gut gefallen auch die steine qualität steht hier für sich vom baugefühl bisher wirklich alles super vom aussehen auch alles super da sind solche angusspunkte wie wir sie hier sehen können schon wirklich eine ausnahme sonst sehen die steine super aus lassen sich super verbauen haben eine tolle klemmkraft also das steht preis leistungsmäßig bisher wirklich für sich also merkt schon ich hatte bis hierhin schon viel spaß damit hoffe natürlich dass das so bleibt bau jetzt weiter und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen fahrzeug wieder und damit ist von mold king die nummer cyan auch schon fertig ich habe jetzt natürlich auch schon alle sticker aufgeklebt ich kann euch aber sagen auch ohne sticker hat das ganze keinen allzu schlechten eindruck gemacht die sticker sind natürlich noch das topping und apropos aussehen was sie in diesem acht noppen maßstab hier für ein feuerwerk abgeliefert haben an bautechniken damit man auf diesen kleinen raum so ein fahrzeug darstellen kann ist wirklich beeindruckend das set ist natürlich nicht genauso wie ein lamborghini cyan das passt von den proportionen nicht man schafft bestimmte rundungen und übergänge gar nicht so wie bei einem echten fahrzeug aber das ganze ist eben auch kein offiziell lizenziertes set ich fände es schöner wenn sie dieses nummer cyan weglassen würden und nur die set nur bestehend aus zahlen benutzen würden denn dann wäre die verbindung eben komplett weg aber so ist es als nicht lizenziertes fahrzeug erst mal ein fahrzeug in das jeder etwas selber hinein interpretieren kann was es für ein fahrzeug ist wenn es ein lizenziertes fahrzeug wäre müsste man hier bestimmte sachen im vergleich zum originalen fahrzeug noch mal viel kritischer betrachten wenn wir das aber ausblenden weil es ja keine offizielle lizenz ist und es einfach nur als ein etwas futuristisches italienisches hypercar betrachten dann muss ich sagen punktet die optik auf jeden fall wie gesagt in diesem fall ist das noch mal ein zweischneidiges schwert ich hätte es lieber wenn sie dieses nummer cyan weglassen denn so bringen sie sich auch in die lage dass man es zwangsläufig mit einem echten cyan vergleicht und da schaffen sie sich selber einen kritikpunkt den man eigentlich gut vermeiden könnte denn sonst gibt es an dem set eigentlich nichts zu kritisieren ich habe es im zwischenbauschritt schon gesagt die steinequalität ist sehr gut auf allen ebenen die konstruktion ist sehr gut die anleitung ist sehr gut und das endergebnis vom aussehen ist auch wirklich gut und dann haben wir noch eine vitrine dabei und im schlimmsten fall hätte uns dieses set um die 20 euro gekostet realistisch bekommt man es für 15 euro oder eben auch wie in diesem fall für 13 euro und dann kann man da überhaupt nichts mehr falsch machen das ganze ist ob cyan oder nicht ein hingucker im regal wenn man auf diese neueren autos steht ich vermisse bei dem set auch keine figuren und wenn ein kind unbedingt damit spielen möchte dann findet man sicherlich noch ein paar figuren die man reinsetzen kann denn man kann ja auch die cockpitscheibe abnehmen und dass das fahrzeug zum spielen rollt muss ich glaube ich nicht noch mal einzeln erwähnen auch ist das ganze wirklich stabil wenn man damit durch die gegend rast also es ist nicht nur ein set für die vitrine sondern auch noch gut und gerne als spielset zu gebrauchen der einzige punkt der mich aussehensmäßig etwas stört das seht ihr selber die sticker haben nicht dieselbe farbe wie die steine und wenn da kleine abweichungen sind dann ist das alles noch okay aber die abweichungen sind mir eindeutig zu stark und das ist wenn man will mein größter kritikpunkt an diesem set wir haben auch noch ein paar kleine ersatzteile dabei da ist jetzt nichts sonderlich nennenswertes dabei das ist ähnlich wie bei lego einfach ein bisschen kleinkram da noch mit reingelegt wurde also von mir bekommt ihr auf jeden fall eine kaufempfehlung für dieses set und auch darüber übergreifend eine kaufempfehlung für die reihe denn wenn man eine vitrine bekommt und noch so ein fahrzeug mit so einer steine qualität kann gar nicht mehr so viel schief gehen als dass es ein schlechter deal wäre deshalb kann man sich sicherlich aus dieser reihe getrost jedes fahrzeug kaufen wenn ihr natürlich andere erfahrungen gemacht habt schreibt das gerne in die kommentare und wenn ihr dieses set selber besitzt dann schreibt auch wie immer gerne eure erfahrungen zu diesem set in die kommentare damit helft ihr mir und der gesamten community wie immer sehr weiter wenn euch diese review gefallen hat lasst wie immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valley prick